Ich heiße Flippenlambor und ich tanze seit 15 Jahren jetzt. Ich unterrichte Hip-Hop und Dancehall. Ich habe schon immer getanzt. Eigentlich bin ich ein großer Fan. Ich bin ein riesiger Fan von Michael Jackson. Als ich sozusagen das erste Mal seine Videos gesehen habe, habe ich immer zu Hause so ein bisschen getanzt. Wenn ich mir was wünschen könnte von meinen Schülern, dann würde ich mir wünschen, dass sie einfach noch mehr loslassen in den Klasse. Wenn ihr tanzen wollt, dann tanzt. Und macht euch keine Sorgen darüber, was andere will. Bis zum nächsten Mal.